Servus Leute, mein Name ist Paul Unterhaltner. Willkommen zum neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Die Sonne lacht, ich lache und ich hoffe, ihr lacht auch. Und heute ist es soweit. Wir werden meine neuen Sponsor besuchen und natürlich auch verkünden, ihr seid mit dabei und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. So viel verrate ich euch schon mal. Es ist nicht Cytec Nutrition geworden, sondern ich flieg nach Deutschland. Ich glaube, heute verreist er noch eine ganze Schulpresse. Das ist komplett cool. Was soll's. Mein gesamtes Handgepfeck ist übrigens heute ziemlich voll mit Essen. Also habe ich seit meinem Rucksack mit. Aber heute habe ich den Koffer genommen, weil ich nur eine Tasche mitnehmen durfte. Ich bin in einer Nacht weg, deshalb sollte es schon gehen. Es geht sich nicht alles gut aus. Jetzt hoffe ich, ich komme gleich hier durch, weil das Boarding geht in 20 Minuten. So, ich habe es geschafft. Hier geht es schon los. Aber hier hinter mir noch nicht. Auch wenn das Boarding schon begonnen hätte sollen. Wir sind jetzt irgendwie 30 Minuten verspätet oder was soll's. Dann haben wir erstmal mein Talk im Sport geschrieben. Es gibt nichts besseres. Ich bin zu jeder Lebenslage vorbereitet. Entweder ich habe Essen dabei oder eine andere Beschäftigung, die ich zu tun habe. Es wird nie langweil. So, wir haben es geschafft. Jetzt geht es gleich los. Auch wenn ich über eine Stunde Verspätung hatte. Macht nichts. Da muss Heiko gleich ein bisschen auf mich warten. Platz. Ich schwöre ich, ich hatte noch nie so wenig Beinfreiheit. Ich weiß nicht, woran das liegt oder ob das bei Our Wings irgendwie Standard ist. Aber ich schwöre dir. Auch jeder andere muss hier seine Beine rausstrecken, weil es so eng ist. Was soll's. Wir versuchen jetzt erstmal zu schlafen. Die Zeit gut zu nutzen. Und wir sehen uns gleich wieder. Wir sind gelandet. Auch wenn ich nicht so viel schlafen konnte, bin ich auf jeden Fall gut runtergekommen. Jetzt gehen wir erstmal zum Gym, zu Heiko und bald eine gute Session raus. Mensch, guten Tag. Sorry für die Verspätung. Der Flug ist nicht gekommen. Stuhlfliegen, Alter. Bisschen spannen ruhig. Zwergenwerfen angesagt, Alter. Zwergenwerfen. Das ist ja geil, der Typ. Der hat hier einen Hobbit mitgebracht, Alter. No Frohn an der Stelle, würde ich sagen. Ja, Gym sieht aber gut aus. Was hier noch nicht? Nee. Quatsch, echt? Ich bin noch zum ersten Mal in Hamburg. Boah, Alter, du hast so viele Bildungslücken, ey. Und noch hast du heute leckt, ey. Und dann machst du noch... Schau, wieso? Deine Braut ist doch gar nicht mit. Ich hoffe, ich kann dem was beibringen, damit er sich nicht immer alles abreißt oder verletzt oder zerrt oder komische Sachen macht. Nee, wir hatten uns ja mal unterhalten über die Beinbeugerverletzung. Und da hatte ich ja gesagt, oder ich habe mich angeboten. Großes Herz, wie ich hab. Paul, ich zeig dir mal, wie es richtig geht. Weil das ist zu optimieren gewesen. Also die Trainings, die er macht, sind ja eigentlich cool. Aber das war halt trotzdem schlecht den Tag. Und deswegen gebe ich dieser scheiß Ausführung auch die Schuld für die Verletzung. Du kontrollierst ja den Muskel mit einem relativ leichten Gewicht und ist genauso effektiv, als wenn du jetzt hier 130, 140 Kilo draufknallst. Das geht am Beinbeuger vorbei. Du müsstest einen ganz anderen Lappen dran haben dahinten. Weil so kannst du den doch viel intensiver ansteuern und das Gewicht damit bewegen, bin ich der Meinung. Aber Heiko, das ist doch gegen deine Philosophie. Aber bei so einem Lappen wie dir muss man ja irgendwie anfangen. Bei richtig stabile Typen müssen wir was anderes wieder. Aber da willst du ja erst noch hinkommen. Du feines, gerupftes, veganes Huhn, du. Hat Olle Paul tatsächlich mich angerufen jeden Tag? Hat er mich schön verarscht, Alter. Total behindert. Muss ich euch erzählen das Ding. Heiko, Heiko, ruf mich abends an. Ne, lass uns abends telefonieren. Alles klar. Ich ruf an und denk aber, was jetzt? Guck mal hier, ich brate mir grad Lunge. Lungenbrat. Lungenbrat. Das ist doch wieder der vegane Müll gewesen. Das ist toll. Da müsste man eigentlich doch ein bisschen dafür einen Nackenschlag kriegen, Alter. Jetzt, wo ich keinen veganen Sponsor mehr, haben sich die Leute gefragt, ob ich jetzt noch vegan bin. Damit hab ich die Antwort gegeben. Weißt du? Was hab ich damit zu tun? Weil du dich am meisten darüber freuen würdest, wenn ich Fleisch esse. Ja, ja klar. Das wär ja auch normal. Aber du willst ja nicht normal sein. Ich meine, gut, ich wollt auch nicht normal sein. Aber du willst genau andersrum nicht normal sein. Ich hab extra für Paul Equipment zugelegt. Weil so selben Röckchen was er ja zuhause auch anhat. Richtig. Die passenden Verschlüsse. Die müssen wir jetzt ranmachen. Weil die sind extra für Paul entwickelt worden. Hier. Schön in den Teil. Der zieht nach unten. Und das zieht normalerweise bis hoch, bis in den Übergang zum Gluteus rein. Wenn du das Becken richtig nach vorne schiebst und nochmal Spannung rum drauf triffst. Also bewusst anspannst du auch nochmal. Und das sieht ziemlich cool aus gerade, was Paul macht. Und so würde ich mir das wünschen. Und dann verletzt du dich auch nicht. Wenn du dich warm gemacht hast, wenn du dich gedingt hast, dann passiert da nichts. Paul, glaub's mir. Glaub's mir einfach. Jawoll, jawoll. Zwei Stück gehen noch. Zwei Stück gehen noch. Komm, Paul. Und. Weiter, genau. Ohne Pause. Gleich runter. Und. Knack vor das Becken. Genau. Noch zwei. Ohne Pause. 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 Ich trissier deinen Rücken eigentlich. Digga, da hast du da Funk. Immer diese scheiß Ausreden. Mein Rücken, Aua hier, Aua da, Schnupfen, Auge tränen, Ohr läuft. Geile Ausführung. Der drückt das Becken auch schön runter. Die meisten heben's an, um sich zu erleichtern. Wie findest du denn das Gerät mit der Kette und so? Das läuft eigentlich gut, ne? Die alten Sachen mit den Ketten, auch die Übersetzung und so, das ist total effektiv. Weil die alten Maschinen auch bei vielen Sachen. Das ist der dritte Fazit. Im Zwischenzimmer ist der Besitzstopp. Heiko passt sich mir ein bisschen an. Für mich natürlich auch nicht komplett abschießen, weil ich habe bei den drei Tagen noch mal eine Ekte. Deshalb macht es auch keinen Sinn, dass ich komme zu sehr linken. Ich gebe schon Gas in den Sätzen, aber schaue sich meine Einsatzanzahl natürlich auch einhalte. Ich habe aber noch ein Schema, dass ich nur zwei Sätze für Übungen habe. Einen schweren, einen leichteren. Das geht sich mit der Regeneration auch ganz gut aus. Deswegen, wenn ich jetzt hier fünf bis zehn Sätze so wie damals ballern würde, wäre ich heute in der Woche Knockout. Um. Okay, okay. Up. Komm, 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 komm. Oh Durchdrücken, 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 und kurz drücken. Ich merke immer, dass ihr das langsame Training meiner Ausführer gut getan habt. Dass ihr alle Muskeln ein bisschen besser spürt und es wieder ein bisschen schneller werden kann. Ein bisschen mehr Gewicht. Weil du ein veganer Fisch bist, Alter. Vielleicht. Das war auch ein veganer Fisch. Das sieht fast aus wie Photoshop. Sicher nicht. Der hat mich zu meiner Deutschen unterstützt. John Pierre Fuchs und Klaus zusammen. Das sieht krass aus. Ja, das war ein Monster damals zu der Zeit. Das war brutal. Vier. Komm, komm, komm. Sieht wirklich gut aus. Sieht wirklich gut aus. Sechs. Sieben. Acht. Hoch. Neun. Und zehn. Ein. Voll. Brennen zerlegt dich so, Junge. Ja. Das ist richtig so über dem Knie jetzt angeschwollen. Irgendwie. Ja, die 20 Raps oder 15, 20. Würde ich aber im Unterkörper generell empfehlen. Im zweiten Satz mache ich es noch sehr ein bisschen höher. Erst ein bisschen schwerer, zweiter ein bisschen leichter. Was ist die Story zu der verbogenen Stange? Naja, die habe ich damals verbogen vor 25, 30 Jahren. In meiner Primetime halt. Da hat man so selbst gebrannte Scheiben. Da konnte ich die bis 3,30 Uhr beladen. Und da habe ich die Knieboi gemacht. Und dann sieht er ja hier das Gestänge. Und dadurch, dass sich die Stange gebogen hat, hat sich das schon so ein bisschen zusammengezogen. Und das ist die Story. Das ist auch schwer geworden. Das ist mein Gewicht. Die Einstellung ist ja, wenn der Gym geht, alles vernichten, Alter. Mensch und Material. Der Mensch muss gewinnen. Manchmal darf man noch Halbe machen, auch wenn es eigentlich verboten ist. Wieso? Die ungeschriebene Regel. Die Internet-Polizei oder was? Die New School-Polizei. Aber ich habe auch schon gehört. Da hast du ja nur Hofknickse und so. Aber die verstehen immer nicht, dass wir ja... Wir wollen ja gar kein Powerlifting machen. Wir wollen ja eigentlich Bodybuilding machen. Und dass da doch ein Unter... Das sind genau die Leute, die dann immer den Sport nicht so richtig begriffen haben. So mit, ja, du musst ganz runtergehen. Mit dem Arsch den Boden obwischen. Fuck you. Bullshit. Sehr gut. Und Druck. Komm. Komm. Da kriegst du bestimmt noch zwei Hände. Oder zusammen. Geil, geil. Den schaffen wir noch. Komm. Und Druck. Komm. Volle Kanne. Ja, allein, 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 allein. Auf. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Junge. Sehr gut. Alter. Gleich verkündigt schön mit Wackelbein den neuen Sponsor. Perfekt. Den wichtigsten Teil haben wir durch. Die beiden sind aufgepumpt. Adel Tour jetzt vor allem zum Schluss. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Waden. Dann haben wir es auch geschafft. Die Quartz-Sätze, die waren auf jeden Fall hart an der Multipressen. Aber so kenne ich sie von Heiko. Das war uns jetzt nicht so spannend. Aber das Ding war halt. Paul hat ja vorher schon eine Menge Training absolviert. Und da ging es ja einfach. Das war ja nur Intensitätsding. Wir sind ja nicht auf Gewicht oder irgendwie auf Axtreps oder große Pyramiden gegangen. Einfach den Muskel treffen und das ist ihm oder uns gut gelungen, finde ich. Jetzt klatscht er seine Storchenwaden da noch ein bisschen. Er versucht da was draus zu machen. Darf ich dir mal einen Trick verraten? Jawohl. Hast du 50 Euro? Nein. Für den Trick meine ich. Nein. Guck mal, wenn du oben bist. Drück mal hoch, so hoch du kannst. Halt mal um. Jetzt geh mal leicht in die Beuge. Leicht. Und jetzt drück mal voll nach nach oben. Voll. So hoch du kannst. Genau. Diesen Move. Ich dachte gerade, da kommt ein Krampf. Ja. Also gehst hoch, beugst gleich ein und dann schießt du nochmal das Ganze um. Dann wachsen die Dinger. Und ganz hoch. Jawohl. Ich brauche mir einfach, dass wir zum Musen-Katter geben hier außen. Wirklich krass. War mir ein Vergnügen, wie immer. Mir auch, Eiko. War heute mal ein anderes Beintraining. War auch gar nicht so lange, ich glaube. Ein entspanntes. War ja relativ entspannt. Und ich kinkale Style. Ein, zwei Übungen vielleicht ein bisschen. Abgewandelt. Aber gut. Und jetzt geht's zur nächsten Station. Also hier fühlt man sich auf jeden Fall wohl. Und nein, das ist nicht das Airbnb, wo ich heute schlafen werde. Sondern hier wird jetzt was ganz anderes gemacht. Das war die offizielle Unterschrift beim neuen Sponsor bei ESN. Steht jetzt eine neue Zukunft bevor. Ich hoffe, ihr seid alle an meiner Seite und wir rocken das hier gemeinsam. Ihr supportet mich weiterhin auf meinem Weg. Und es wird auf jeden Fall eine absolut geile Zeit. Ich freue mich wirklich sehr, vor allem die vegane Protein nach vorne zu bringen. Falls ihr da auch konkrete Ideen habt, könnt ihr mir die gerne in den Kommentar schreiben oder auch per Nachricht schicken. Da ist aber einiges geplant. Ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich auf die Zukunft. Und ich hoffe, ihr auch. Und ihr könnt natürlich ab jetzt mit Code Paul maximal sparen. So, wir nehmen jetzt ein bisschen das Labor unter die Lupe. Schauen, was hier für neue vegane Produkte an den Start gehen. Und checkt das einfach mal aus. Wir haben einfach im Büro oben drüber Quality Labs. Und da werden die neuen Produkte ausgetestet und da natürlich auch verschickt. Wir sind jetzt im hauseigenen Labor. Hier wird natürlich alles geprüft auf Qualität, auf Inhaltsstoffe und vieles weiter. Damit das natürlich auch aufrechterhalten werden kann. Und natürlich auch nach weiteren Produkten geforscht. Und ich würde sagen, wir forschen und mischen jetzt auch ein bisschen. Wir können es hier natürlich nicht allzu viel zeigen, um keine Gerätschaften zu verraten. Aber ich habe hier, glaube ich, schon mal Kurkuma und Beta-Carotin bekommen. Und die Farbe und der Geruch wirkt auf jeden Fall anderthalb wohl. Also wir können es da mal hier hinlegen und einfach so ein bisschen ziehen. Jetzt sind wir durchgetestet, würde ich sagen. Sieht auch gut aus. Super. Ja Leute, Entscheidung ist getroffen. Die letzten Wochen habe ich auf jeden Fall mir viele Gedanken gemacht, wo ich hin möchte, wie es weitergehen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ESN die richtige Entscheidung für mich war. Wir haben natürlich die Verträge und auch die einzelnen Dinge, die da drin stehen, vorher schon abgesprochen. Das war jetzt nichts Neues für mich, was ich unterschreiben musste. Wo ich einfach dachte, okay, ich unterschreibe jetzt einfach. Sondern da natürlich immer bei Verträgen genau darauf achten. Und alles miteinander abstellen und beide Parteien zufrieden sind. Das sind wir auf jeden Fall. Es kommt was Geiles auf euch zu. Ich freue mich extrem drauf. Das Team kenne ich ja auch schon teilweise, mit denen ich eigentlich cool bin. Und ich glaube, da gibt es auch ein paar coole Reisen dieses Jahr. Und natürlich auch geilen Content für euch. Deshalb freue ich mich, wenn ihr das Ganze natürlich auch supportet. Wir sind jetzt hier vor der Produktion und dem Lager von ESN. Ich werde mir hier ein paar Produkte stibitzen. Damit ich meinen Warenkorb zu Hause auch mal voll habe. Und einiges davon natürlich auch nützen kann. Deshalb schauen wir mal rein. Wir haben uns jetzt die Produktion ein bisschen angeschaut. Aber ich glaube, ihr habt davon auf jeden Fall schon viele Videos gesehen. Und ist jetzt auf jeden Fall nicht so besonders. Aber krass zu sehen, wie viel hier wirklich dann Hand in Hand gemacht wird. Und für euch dann zu Hause ankommt. Und hoffentlich hier bald auch noch ein paar mehr vegane Brüte, die ich für euch rausballere. Ansonsten habe ich mir das aber erst mal mit Protein eingedeckt. Jetzt geht es aber erst mal noch ein paar mehr Sachen zu holen. Deshalb ins Lager nochmal 30 Minuten weiter. Da holen wir uns ein paar Sachen. Ich habe mich hier schon mal schick gemacht. Das sind im Lager mit Sicherheitsschuhen. Die sind auf jeden Fall sexy. Ich habe schon ein Kompliment bekommen. Das ist die beste sind aus meiner eigentlichen Schuhe. Halte ich aber für ein Gerücht. Das ist eine Lagerhalle von vielen. Es gibt glaube ich eine, die ist viermal so groß. Die sind 10.000 Quadratmeter. Packmaß würde ich sagen. Ah, hier ist schon mal eine Probe. Jawohl. Das sieht auch gut aus. Auch je nachher ein paar. Dann haben wir den Geschmack. Sorted Caramel. Hier haben wir Kreatin. Optimal. Kapselform. Reiner nicht. Warum nimmst du gerne Kapselform? Komm dir wofür an. Es ist easy, wenn man eigentlich am Abend dann eh seine Omega 30 und vielleicht noch andere Kapsel nimmt, dann noch eine Kapsel dazu zu nehmen. Aber man kann es natürlich auch einfach ins Wasser mischen. Aber ich finde Kreatin so als Pulver im Shake entspannt. Aber wenn man jetzt mal keinen Shake trinkt und es einfach so nehmen will, die Kapsel ist auch easy. Worauf ich auch sehr gespannt bin. Deiner Pudding. Vegan. Den hat nämlich glaube ich schon Camilla getestet. Der ist ziemlich, ziemlich stark. Habe ich aber auch schon einmal bestellt. Also kommt die zu mir nach Hause. Deshalb lass ich es jetzt mal hier. Holunderblüte. Ich schwöre. Der ist richtig krass. Ich hätte gerne von da oben, hätte ich gerne das Produkt da. Ich glaube das ist da. Da hinten. Da ist Crank Energy. Den kannst du mir machen. Du bist ja groß. Ich hole kurz meine Bouldering-Skills raus und dann kletter ich da rauf. Geil. Machst du auch nochmal für mich? Was hast du? Ich habe jetzt noch eine Pillenbox gesnackt. Für das Kreatin, wenn man unterwegs ist. Easy entspannt. Oder auch mal das Proteinwulver. Weil ich trinke ja mal direkt nach dem Training ein Shake. Ich trinke auch direkt davor was. Abends mal ein Shake. Also da ist es für Reisen definitiv wichtig, so eine kleine Portionchen dabei zu haben. Ich habe jetzt mal alles gefunden. Hat zwar einen Moment gedauert, aber hier muss man sich auch erstmal zurechtfinden. Und bei den letzten drei Sachen nochmal kurz Stopp. Denn auf alle Vital-Produkte gibt es derzeit gerade 20% noch bis Mittwoch. Und auf alle Kleidungsstücke und Klamotten 25% mit Quotepause. Schaut gerne vorbei. Ich würde euch vor allem Kreatin und natürlich auch die veganen Omega-3s am Herbst legen. Sind für mich definitiv die wichtigsten Subs. Alles Weitere ist nochmal nice to have und hat auf jeden Fall auch Vorteile. Aber Kreatin, Omega-3, absolut wichtig. Vor allem für Krafttraining und Omega-3 braucht gar nicht so gut wie jeder. Egal ob man vegan ist oder nicht. Und Klamotten sind sowieso immer nice, wenn man die reduziert bekommt. Also das Paket ist fertig. Wir sind hier auch durch. Fast perfekt. Als nächstes ein Praktikum bei DHL. Das wäre mal geil. Einen Tag bei DHL. Kann man mal probieren. Aber hier hat man sich auch genug zu tun. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht so viel anders. Muss man jetzt nur noch ausliefern. Bevor es aus Pakete packen geht, dachte ich, wir machen hier noch ein bisschen Stimmung. Hier steht einfach eine Musikbox, wo man Durchsagen machen kann und Musik spielen kann. Mal schauen, ob hier Leute bündel machen. Mic check, Mic check. Ich sag Team, wie du sagst, wie er ist in. Team! Halt die Frette! Das lassen wir lieber. Vom Lager ging es jetzt direkt in die Wohnung. Wurde auch Zeit. War bis jetzt ein langer Tag. Und die sieht absolut sexy aus. Gebt euch mal hier das Badezimmer. Über Duschverhänge lässt sich streiten. Aber es ist riesig. Und hier das Schlafzimmer. Auch wild. Das sieht echt sexy aus. Da wieder Fernseher. Ganz wichtig. Zwei Herdplatten. Da muss ich gleich nochmal vorkochen. Für morgen. Da steht nämlich auch nochmal ein, zwei Drehsand. Und ich bin auch den Nachmittag dann unterwegs morgen. Deswegen ist das Ganze so wichtig, Mahlzeiten ready zu haben. Aber bevor ich vorkoche und natürlich einkaufen muss, snack ich mit erstmal den Rest von meiner Mahlzeit. Damit ich hier gut ausgestattet bin. Ich habe mich jetzt entspannt auf den Weg gemacht mit meiner kurzen Hose. Auf dem bleiben es gut 8 Minuten. Es war wie immer dezent kalt. Aber ich brauche noch ein paar Lebensmittel für morgen, damit ich vorkochen kann. Deshalb jetzt hier am Bahnhof zu Niedl, Rewe oder Edeka. Ich glaube, ich gehe erstmal zur Edeka und schaue, was da gibt. Es ist jetzt auf jeden Fall ein, zwei Gullis eingepackt. Brokkoli, Nüsse, Reis. 500 Gramm. 400 Gramm brauche ich. Auch Bananen. Habe ich heute noch keine gehabt. Aufmerken werde ich keinen haben. Ich werde mich von Rice Cream ernähren. Wir sind von Rice Pudding. Wir sind 24 Euro losgeworden. Der Bahnhof ist auf jeden Fall ein bisschen gruselig. Also ab nach Hause, damit man kochen kann. Shit. Jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, saftige Runde zu schlafen. Morgen steht auch wieder ein Dreh an. Ich hoffe, das Video euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Supportet mich natürlich auch gerne. Und ich freue mich schon auf die Zukunft, auf eine geile Zeit. Ich hoffe ihr auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.